Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, erst mal rein. Okay. Lass es halt einfach wirklich machen. Tanda. Kleiner als größer als kleiner. Oh, Mann. Warum schreiben die Leute lag? Ich habe mich einfach nur nicht bewegt. Okay. Zander, wo bist du? Achso, da. Hinter dir. Ich habe den Wither, ich habe den Soul Sand. Wo sollen wir denn jetzt am besten spawnen? Hast du eine Idee? Boah, Alter, ich krass da aus. Wie viel? Achso. 300 Euro. War es von Chip? Ja. Alter. 800 Euro an einem Tag, Alter. Niemals. Woher hat er das Geld? Du bekommst auf jeden Fall ein Nies ab. Dankeschön. Harrison, Dankeschön für 20 Euro und diese ultra nervige Nachricht. Vielen, vielen Dank für den Support. Hashtag Stampfe schreibt am Ende noch. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Das ist krass. Dankeschön. Und... da ist man einfach nur sprachlos ohne Wins. Übel. Ich habe heute über 1000 Euro Donations bekommen. An einem Tag. In was für einem Verhältnis steht das? Wo bist du gerade? Ich weiß es nicht. Ja, guck mal. Es gibt es ja einfach mal. Andere verdienen in einem Monat 1000 was weiß ich. Und du hast jetzt 1000 an einem Tag durch Donations. Das ist krass. So krass, ne? Oh, ich habe eine Idee. Das ist kein Fake, Leute. Chips ist einfach ein ultra korrekter Typ. Und er sagt für sich einfach, dass er das machen möchte. Er hat sich dazu entschieden. Er hat sich ein Ziel gesetzt. Und ähm... Warte. Hier. Ey, das ist so krass, ne? Komm. Irgendwo in der Höhle oder so. Oder wirklich bei Early im Haus. Weißt du, wo wir das machen? Warte kurz. Chips. Vielen, vielen Dank für die weitere Donation von 300 Euro. Und insgesamt heute 800 Euro. Ey, der hat jetzt... Das ist total krass. Der ist... 1000... Ne, der ist... Du hast 1000 gekriegt. Warte. Ich habe... Insgesamt habe ich... Also von ihm jetzt 800 heute bekommen. Achso, 800. Er hat aber 1000 ausgegeben. Ja. Weil er hat bei mir nochmal 210. Er hat 1010 Euro ausgegeben. Komm mal. Ich habe eine Idee, wo wir den spawnen. Wir spawnen den unter Early Boys Haus. Der hat doch da einen riesen Keller. Ne, das können wir nicht machen. Warte kurz. Chips. Vielen, vielen Dank für die krasse Unterstützung. Ich kann es nicht in Worte fassen, was ich dir zu verdanken habe. Und deswegen an dieser Stelle ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Und wenn ich jemanden sehe, ne? Basti, ich hätte damit... Mach bitte wieder Adventure Maps. Ich habe eine richtig fette Umarmung einstellen, Digga. Vielen Dank für den Support und eine dicke Flosse für dich. Ähm, mein Master. Wenn ihr irgendwelche Adventure Maps bauen wollt für mich, könntet ihr das richtig gerne machen, ne? Ähm, ich habe ja eine Zeit lang eure Zuschauermaps gespielt. Aber es kam eine Zeit lang einfach nur Bullshit. Wirklich nur eine dahergerotzte Map. Und da habe ich einfach keine Lust mehr gehabt, äh, das zu spielen. Es gab voll viel Cooles. Aber das hat dann halt eben nachgelassen. Deswegen habe ich dann auch eben keine Videos mehr gemacht dazu. Was wäre, wenn wir den unter Wasser spawnen? Passiert da was? Ich weiß nicht. Ich glaube, der fliegt hoch und dann ist es vorbei. Guck mal. Sollen wir vielleicht... Also was, glaube ich, ziemlich sinnvoll wäre... Ne Höhle. In der Höhle, ja. Guck mal, da unten drin. Hier? Ja. Ich glaube, um in Rente gehen zu können, muss man leider noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ähm, aber ich sage euch eins, Leute. Ich werde mit dem Streamen nicht aufhören. Egal, was passiert. Auch wenn mir jemand jetzt eine Million Euro auf einen Schlag donaten würde. Nur mal jetzt einfach hypothetisch. Äh, ich würde auf jeden Fall weitermachen. Weil ich einfach Livestreaming und YouTube liebe. Und durch so Leute wie Chips und natürlich auch ganz viele andere, die heute donatet haben, äh, ja, ist die Sache einfach, dass ich halt einfach da eine mega Sicherheit habe. Und die Sache halt einfach auch realistisch ist, dass ich das einfach weitermachen kann. Kannst du da oben die Blöcke abbauen? Ich habe gerade keine Spitz... Ja. Ah doch, ich habe eine Spitzlage. Ups. Und deswegen auf jeden Fall an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die mich hier mit Donations, also Trinkgeldern unterstützen. Aber auch an die Leute, die einfach nur dabei sind und in den Stream schauen oder sich mal so eine Produktplatzierung, also wie gesagt, unten findet ihr die Links, ähm, da drüber anmeldet, euch die Handygänze runterladet, euch das anguckt. Vielen, vielen Dank. Das ist krass. Aber wie gesagt, das Zuschauen ist das Wichtigste. Mhm. Einfach Spaß haben. So, ja, pass auf. Das Ding ist, ich baue jetzt hier mal einen Gang rein. Ja. Für Notfall. Okay. Wenn irgendwas ist. Ich baue mal noch ein bisschen weiter, wenn der explodiert. Ähm, also ich setze jetzt schon mal einen Kopf hin. Ich setze den zweiten Kopf. Sander, Stärketrank trinken. Warte. Ich habe jetzt drei Gänge gebaut, egal was passiert, wir haben auf jeden Fall immer einen Gang, um uns zu verziehen, ja? Okay, dann lege ich jetzt los in drei. Du weißt aber schon. Ja. Äh, ja, du kannst setzen, aber du weißt schon, dass der explodiert am Anfang, ne? Ja, das weiß ich ja. Oh, fuck. Uah. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, Leute. Erstmal rein. Okay. Okay. So, die Fackel ist abgegangen. Die Fackel ist abgegangen. Scheiße, es ist so voll dunkel. Bin sofort verwisert, ey. Hä, wo ist der denn? Hier, oben hängt der fest. Wow. Achtung, nicht in meine Pfeile rein. Ich gucke, dass dieser Wither-Effekt erstmal weggeht. Lass uns abwechselnd draufhauen. Ja, ich gehe hier rein. Der ist auf dich gefokust, der ist auf dich gefokust. Fuck, fuck, fuck. Scheiße, 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 scheiße. Nein. Ich baue hier hinten nochmal einen Gang. Ich baue hier hinten nochmal einen Gang. Ich bin voll übel gewittert. Mist. Ich sehe gar nichts mehr. Oh, oh. Hä? Oh nein. Scheiße, Alter. Ich bin weggewittert. Scheiße. Mach einfach weiter, Zander. Ich komme. Ja, du Pflaume. Ich habe doch selber hier gerade voll den Stress am Arsch. Oh nein. Der ist übel stark. Ja, klar. Boah. Versuchst du schnell wie möglich hier hinzukommen. Ja, bin unterwegs, bin unterwegs, bin unterwegs. Der hat noch über Half-Life, ne? Ja. Puh. Man sieht das Wither-Leben nicht. Tut mir leid, Leute. Das kann ich jetzt nicht ändern. Ich sehe es. Ich sage euch das an. Der hat noch über Half-Life. Ja, hat er. Boah, der Wither-Effekt dauert so lange, ne? Übel, gell? Puh. Warte mal. Kannst du vielleicht einen Notfallgang graben? Oder bist du zu euch beschäftigt? Einen Notfallgang zu meinen Sachen? Alter, ich weiß nicht, wo der hin ist. Der Wither ist weg, oder was? Ja, hier ist er. Wow. Fuck. Meine Sachen müssen da hinter sein. Oh Gott. Ich habe mich eingebaut. Ich kann dir jetzt gerade nicht helfen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich kann dir nicht helfen. Ja, ist kein Problem. Fuck, 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 fuck. Warte, ich komme zu dir. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Bau dich durch, bau dich durch. Ich habe nichts, ich habe nichts. Bau du schnell weiter. Bau schnell weiter. Hier hinten das aufbauen. Ja, hier aus. Alles gut, ne, ne, ne. Alles gut. Eine Hose lag da noch. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Oh. Krass. Wow, ich bin gewisert. Ich habe Fackeln gecraftet. Okay, ich hau ab, ich bin wieder verwisert. Ja, okay, lauf weg. Ich schieße ihn ab mit meinem Bogen. Alter, der reguliert dich, ne? Ja, ja, aber ich mache den. Mach weiter so, der ist auf dich gefokust. Jetzt ist er bei Hälfte. Fuck, ich bin gewidert. Du musst ihn unbedingt mit dem Bogen hauen. Du musst ihn unbedingt mit dem Schwerth haben. Habe ich, habe ich. Ne, 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 mit dem Bogen hat es voll gebracht gerade. Alter, wie lange dauert der Wizard-Effekt noch? Scheiße, ich sterbe schon wieder. Fuck. Ess was. Ne, zu spüren. Schon wieder weggewittert. Oh nein. Oh, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Oh. Das hat es voll gebracht mit dem Bogen. Der war auf dich gefokust, hat sich durch die Steine bauen müssen. Und dann konnte ich ihn von hinten abschießen. Dadurch habe ich ihm voll viel abziehen können. Boah. Kann man eigentlich einen Wither mit Looting töten und zwei Nether-Stars rausbekommen? Alter, ich habe eine richtig gute Idee, wie ich den hier angreifen kann, aber der haut sich immer wieder in diese Schutzhülle da rein. Und da in der Schutzhülle musst du ihn mit Schwert, oder? Ich höre ihn einfach. Alter, ich stelle ihn mal vor, der bricht er aus. Ich kriege mega den Schaden. Oh Mann. Oh nein. Und dann nicht mal. Ach so, ich dachte, ich habe Zander gelesen. So, fuck, fuck, fuck. Brech auf. Los. Wuhu. Ich kriege ihn alleine nicht down. Ja, ich bin da. Ich habe meine Sachen wieder. So, ähm, zack. Ich trinke einen Stärketrank wieder. Okay, ich mache jetzt... Oh, fuck, ich habe einen Erdblock gesetzt. So, Achtung, ich komme. Okay, der ist auf mich gefokust. Fuck, Mann. Jetzt, hau voll rein. Warte. Ich muss essen. Scheiße. Ne, 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 der Ruder-Effekt. Ich habe mega Ruder-Effekt. Warte, okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Nein. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn gestorben. Oh Mann. Sind meine Sachen wenigstens noch da? Hier ist gar nichts. Hat er die in die Luft gejagt? Hier liegt nichts. Nein. Ohne Witz, hier liegt wirklich nichts. Ernsthaft? Ich schwöre es dir. Der hat die Sachen in die Luft. Das kann ich. Hier liegt nichts mehr. Hat er alles in die Luft gejagt? Hier ist alles weg. Das einzige, was ich eingesammelt habe, ist der Nether-Kristle. Alter. Nether Star. Nicht sein Ernst. Doch, ich... Doch, wirklich. Kein Scheiß. Junge, alles wieder weg. Oh Mann. Mein Helm ist kaputt. Scheiß auf meinen Helm, Leute. Basti hat seinen ganzen Küpfer, Leute. Das war so gut vorbereitet. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht. Das sind so heftig, ne? Alter. Kein Ding für den UHC, Gott, ja. So sieht es aus. Mann. Tut mir leid, aber es ist wirklich alles weg. Geh gucken. Und mein Inventar ist komplett voll. Guck. Aber Zuschauer können gerne gucken. Ich habe noch ein Schwert. Oh nein. Oh nein. Das gibt es doch nicht. Dafür kriegst du aber den Nether Star. Es ist alles weg. Tut mir so leid. Pass auf, komm mal mit. Oh nein. Oh, ich habe noch was. Ich habe noch ein paar Knochen. Komm mit. Oh nein. Hier, warte. Verdammt. Nee, warte. Das kannst du auch noch haben. Krass. Krasse Scheiße, ey. Alter. Hast du irgendwelche Tränke genommen? Äh, ich hatte nur Stärke dran. Mein ganzer Chat. Oh, eine Runde Mitleid für Basti. Tschi, tschi. Das ist Zeitung, Zuschauer. Schön aber eingeschaltet heute. Nein. Alles verloren. Dafür habe ich einen Nether Star. Ich kann sagen, ich habe jetzt schon drei Hooser getübt. Das ist der vierte jetzt gewesen. Noch nicht einen Nether Star. Echt? Mhm. Ja, komm, dann kriegst du den. Nee, ist nicht schlimm. Nein, behalte ihn mal ruhig. Alles gut. Du hast den ganzen Equip verloren, weil du den Equip verloren hast. Alles gut, komm mit. Zu Ender Chess. Okay. Gib dir noch ein bisschen was, was ich noch habe. Oh Mann, Alter, das war gerade übel. Also Leute, ihr braucht nicht bei mir ein Herzchen in den Chat schreiben. Dann geht lieber mal zum lieben Zander, weil er mir den Nether Star überlassen hat. Und weil er sich bis zum Ende durchgekämpft hat und mir jetzt noch was geben möchte. Das ist sehr lieb von dem. Ja, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Herzchenwelle bei Zander. Zander, du musst hier unten rein. Ja, ich laufe immer hoch und dann erst runter. So, ich gucke mal, was ich jetzt noch habe. Also, ich habe jetzt nicht die mega krassen Sachen. Ist kein Problem. Ist echt kein Problem. Pass auf, ich gebe dir das mal, aber du musst es mit Zinus klären, ob das cool ist. Warum? Weil das Zinus sein Schwert ist. Das habe ich im End gefunden. Aber frag ihn einfach mal, ob du das behalten kannst. Ich denke mal, der wird ja ein neues. Oha. Oha. Krasse Sachen. Das habe ich im End gefunden. Das lag einfach so da rum. Ich bin locker, 4000 Locker. Ich habe mit Earlyboy seine Elytras, habe ich angefangen zu farmen. Ob er sie hat oder nicht, möchte ich jetzt nicht verraten. Weil wir haben ja jetzt echt mega lange gesucht. Also, ich glaube, wir waren irgendwie drei Stunden oder so im End unterwegs. Und irgendwann gucke ich so, ich denke, hä, da liegt Loot. Und dann ist er irgendwie gestorben und hat sein Loot nicht eingesammelt. Und da war das Schwert bei. Krass. Also, dann würde ich jetzt hier auch die Aufzeichnung beenden. Ach, siehst du?